Deo, Deo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links. Und weiter! Dann, dann, dann kommt der Ampelmann, fängt zu ampeln an, das ist cool. Mensch, wer hätte das gedacht, dass es so viel Freude macht, mal ein Ampelmann zu sein. Ich hab Spaß, viel groß und klein. Deo, Deo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links. Jetzt alle! Eins, zwei, drei, mach den Butterfly, komm und sei dabei, ihr Intim. Dann, dann, die Beine hoch hinauf, komm, mach mit und hör nicht auf. Hey, der Deo heißt das schon, das bringt Spaß und Kondition. Deo, Deo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, so, so, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links. Denn das bringt's, denn das bringt's nicht mehr. Jetzt geht's los, mach dich riesengroß, das ist echt vermuts, wie man sieht. Und dann mach dich klitzeklein, krieg ich ins Pause noch hinein. Und dann geht's mit vier Rabatz, wieder hoch mit einem Satz. Deo, Deo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, so, so, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links. Na klar! So Leute, und wenn wir jetzt hier nicht ausrasten, dann weiß ich aber auch nicht. Ganz bezaubernd, vielen Dank an alle Kinder, vielen Dank an Badi, vielen Dank an Nina für diesen tollen Kindertanz auf Deo, Deo, ganz super, super toll war's. Ich glaube, die Kinder, die haben den sowieso schon alle drauf, den Tanz, das ist ja momentan ganz groß, ganz in, auf den Deo-Tanz zu tanzen.